So, ich hätte gerne, während ich rede, während ich rede, hätte ich gerne, hypnotische Wiederholung nennt man das, dass ihr den Brustkorb durchgehend, von mir aus auch gerne klein, immer wieder zusammen auseinander, zusammen auseinander. Ich rede jetzt, ihr macht durchgehend das da. Weitermachen. Komm her. Ja, tun. Brustkorb auseinander und zueinander. Ihr dürft klein machen. Macht es immer wieder durchgehend. Kann gerne klein sein. Hauptsache es hat ein Fokus hier, dass euer Körper darauf ritualisiert wird, routiniert wird, das sehe ich gerade ein paar Mal zu tun. Weitermachen, weitermachen. So, macht das weiter, ich erzähle werden lassen. Gut. Zielsetzung daraufhin, ich sehe, wenn ihr weitermacht, macht weiter. Zielsetzung wird jetzt sein, dass wir hier das Thema haben, gleich werden, hier gleich, dass wir hier den Kontakt aus der Herrenperspektive, Führungsperspektive über außen nach innen, aus der Damenperspektive hier über innen nach außen und das Thema haben, macht weiter, macht weiter, das Thema haben, das Thema haben, wo wir eine Kontaktfläche haben, ob klein, kleine Kontaktfläche oder große, ganz große Kontaktfläche, mach weiter, ne. Da, wo wir Kontaktpunkte haben, die wollen wir füllen mit einer Art von Druck, die dem Tanzen dienlich ist. Kontaktdruck. Dementsprechend wird hier das Ziel sein, unten gibt man sich Krieg, oben gibt man sich Liebe, das heißt, das Thema ist hier.